Hiho und willkommen zurück, mein lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja, wir sollten uns etwas sputen, weil da kommt eine Patrouille. Und ja, dadurch, dass das so viele sind, haben wir mit unserem Mittelchen ein bisschen zu zornen. Zu zornen, ein Problemchen, sage ich mal einfach. Nee, kriegen wir dann besser tot. Ja, wer denn stirbt, ist denn... Vorsicht, Gegend. Dann halten, Männer. Und wir sollten uns beeilen. Heil dich, bitte. Vorsicht, Gegend. Okay, weglaufen. Vorsicht, Gegend. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Ernsthaft, ist der noch nicht tot, so. So, jetzt der Gladiator weg. Wir werden angegriffen. Ernsthaft. Ach, Lena. Oh, Mamma mia. Die Linien müssen halten. Na, noch mehr von euch will ich eigentlich gar nicht. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegend. Und raus da. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Okay, die Heilung sollte durchgehen, bitte. Die Linien müssen halten. Ohne, ich glaube, wir können gleich wieder laden. Ja, werden wir können. Da brauche ich gleich lang rummachen. Das ist sowas von unpraktisch. Ich will aber auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, nicht warten, dass die Patrouille hier vorbeiläuft. So, Box von mir aus Willett um. Ja, Box Lena um. Vorsicht, Gegender. Rohnenkrieger zu mir. So, erstmal die beiden Bannkämpfer weg. Vorsicht, Gegender. Oh, so schlecht bist du im Treffen. Ich treffe ihn und töte ihn. Dann tötest du den da bitte mal. Au. Linien müssen halten. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegender. So. Lena, komm hier runter. Lena. Ganz ehrlich. Ja, brav. Oh, wir sehen von hier oben hier runter ins Tal. Oh, das sind die Frostwürfe. Die haben hier ein recht großes Lager. Ach komm, Lena, bitte sei nicht so aggressiv dämlich. Na, dann sei halt aggressiv dämlich. Okay. Könnt ihr sie nicht bitte einfach töten? Gut. Mit denen, mit denen lege ich mich gerne an. Dann töten wir mal die Patrouille etwas aus. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Endlich macht sie sich mal wieder nützlich. Oh, den Krieger zu mir. Ihr könnt auch einfach die benutzen. Fällt mir gerade so ein, dass ich die auch noch habe. Die hat zwar Lena nicht. Nee, ist jetzt etwas unpraktisch, dass die da rumstehen. Habe ich eigentlich irgendwas Neues, was ich tragen könnte? Nee, die Nordklinge, die ist nix. Das ist sowieso alles schwächer. Das ist Zweihänder. Oh, stimmt ja. Ich wollte ja auf Schilde 10 gehen. Mal gucken. Nächstes Level-Up kann ich auf Schwere Kriegskunst gehen. Aber für die Rüstung bräuchte ich halt 11. Also für die hier. Ja, was anderes Besseres kann ich ja nicht benutzen. Klose Frage, was mache ich jetzt mit denen? Spiele ich eine Runde Shoot and Run? Ich glaube, ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Wie sieht es mit Ring eigentlich aus? Oder mit Kopfbedeckungen? Ja, da wäre so eine eigentlich besser und sieht vor allem besser aus. Etwas wenigstens. Und ringmäßig? Nicht wirklich, oder? Ausdauer, Geschicklichkeit, Weisheit wäre, glaube ich, besser. Oh, sie ziehen weiter. Das ist gut. Jetzt erst mal den Neko versohlen. Dann sind seine beiden Geister im Nirvana. Der Geisterbrecher, der wirkt gar nicht auf mich. Der ignoriert mich komplett. Das ist vor allem lustig. Es ist ein Geisterbrecher ohne Auge. Äh, kommt mir das nur so vor? Da ist die Truppe größer als die letzte. Oh, so macht es eine Ausbeider? Das ist ein Geisterbrecher. Oh, so macht das phones. Da ist das, was es? So, damit haben wir hier den Außenposten kaputt. Tja, armer Willett. Jikes, ey, was für eine Festung da unten. Also ich habe es jetzt einfach mal in dieser Mission nicht eilig. Wenn die Matico hier noch down sind, sollte ich mal wieder speichern. Dann halten! Vorsicht, Gegner! Stand halten, Männer! Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! So, machen wir das mal aus, weil ich habe immer noch die Vermutung, wenn der Aura an ist, dann regeneriert man langsamer. Okay, als Elfen hätte ich den Vorteil, wenn ich hier oben Türme errichten würde. Könnten die von hier unten nicht mehr so leicht hochkommen und uns angreifen. Und ja, da ist A, den wir töten sollen. Weil wenn ich die Elfen scharf schalte, dann werden die uns angreifen und die gehen vom Level her eigentlich. Außer A selber wahrscheinlich. Nö, der ist auch nur 21, hä? Und ja, ich wollte speichern. Also sagen wir, wenn ich bis Level 27 hierher komme auf dieser Map, wäre es gut. Also 27, ein Viertel.